Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer schnellen Runde Portal 2. Ich erkläre euch kurz, was eine schnelle Runde überhaupt ist. Und zwar werden wir jetzt jeden Samstag abwechselnd ein Spiel spielen. Und entweder spielen wir jetzt normal weiter, wo wir gerade selber spielen, oder aber jetzt wie ich zum Beispiel bei Portal 2 werden wir jetzt die Community-Testkammern mal etwas durchforschen, sag ich jetzt mal. Ja, eigentlich spielen wir, wie gesagt, für alles kreuz und quer. Wir versuchen mal nicht immer nur das Gleiche zu spielen und einfach mal anfangen, würde ich sagen. Einzelspielerkammer, schnelles Spiel und wir nehmen mal die beliebtesten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schwer, weil manche sind doch ganz schön happig. Ja, ja, die Ladezeiten immer wieder mal. Aua! Ja, warum das jetzt nun in Englisch ist, weiß ich nicht. Das hatte ich vorhin auch schon gehabt. So! Ich habe ein faszinierendes neues Test-Element gefunden. Es wurde noch nie bei menschlichen Testsubjekten benutzt, da der Kontakt mit ihm anscheinend zu Herzversagen führt. Äh... Also solltest du keine Probleme haben. So, mal gucken jetzt. Also, wir haben hier ein Portal und da ein Portal. Aber das wird uns nicht viel bringen, glaube ich. Einfach mal versuchen. Ist mir klar, als kann ich die Lesen. So. Ja, das hat man online richtig oft, dass wir hier auch bloß schwarze Fläche haben. Also, kaum Handlungsspielraum. Was wir mal versuchen könnten. Mal gucken, wo das ist. Scheiße. Ah! Ey, das war gar nicht mal so doof. Wir können es auch erstmal hier rausstellen. Ah, okay. Jetzt ist das ganze Ding hier voll. Ah, das hat doch super funktioniert. Ah, verdammt. So. Der erste ist offen. Na, den kriegen wir ja auch hin. Fuck. Jawohl. Dann haben wir schon den zweiten. Und der dritte ist da. Also, das kriegen wir ja auch hin. Weil wir haben ja schon vorne was. Ah, das reicht aber leider nicht aus. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber wir können ja einfach die Richtung ändern. Super. Die Richtung wollte ich nicht. Bam. Ja, ja. Das war jetzt relativ einfach, muss ich sagen. Ach ja, ist doch gut. Das muss ich mal überlegen. Hier hin. Wir machen das etwas einfacher. So. Das wäre das nächste. Und... Ich denke ja mal fast, dass es gleich funktionieren wird. Also auf dem gleichen Prinzip. Muss ich gucken. Ja, also ich mache einmal einen da hin. Und... Gute Frage. Hier hin. Das funktioniert echt super. Scheiße, der war nix. Verdammt. Da hat am Ende doch echt Speed gefehlt. Na komm schon. Jawoll. Nee doch nicht. Ah, weiter kommen wir nicht. Mach mal gleich die andere Fläche auch noch. Ja, das kommt natürlich weiter, ne? Das ist nicht für eine behinderte Scheiße. Alter. Hm. Wir versuchen es mal. Ja, ja, ja. Och, komm ey. Schöne Scheiße. So, nochmal. Mann, ist das nervig. Nein. Nein. Ich muss es doch bis zum Ende schaffen, sonst wird das doch nichts. Na, wir haben auch hier weiter nix. Ach, natürlich. Jetzt habe ich die Idee. Okay. So. Genau so machen wir das. Aber jetzt muss ich gucken. Ich kriege das Portal gar nicht weg. Ich wollte jetzt eigentlich hier einen schönen Anlauf nehmen. verdammt. Das geht gar nicht so, wie ich will. Ich wollte jetzt eigentlich ursprünglich das Portal hier wegnehmen und dann halt schneller laufen. Wobei, wir können ja auch... Wobei, wir können ja auch... Funktioniert doch. Was wollen wir denn? Na, komm her. Okay. Ah, okay. Ähm... Orange. Zack. Ja, jetzt ist es weg. Sehr schön. Und... Anlaufjahr, jünger. Zack. Das hätten wir auch. Und wieder Orange. Komm, Serie. So. Okay, Orange brauche ich nochmal. Also irgendwie ist der Sound auch bei mir total verzerrt. Ich hoffe, dass bei euch nichts so ist. Alter, aber... Warum ist das Ding so schräg? Ich glaube, das war jetzt gerade nicht viel besser, oder? Na doch. Wir gehen aber auf Nummer sicher. Wir nehmen hier vollen Anlauf. So, das muss reichen. Ja, komm. Was ist das denn für eine reudige Pisse? Oh, ey, super. Alles klar, da machst du. Also das Prinzip ist überall gleich. Los. Zack. War das ja eigentlich so gewesen, dass Mondstaub relativ giftig ist. So. Jawoll. Ups. Ah, verdammt. Ach, komm. Nein. Jetzt ernsthaft, aber. So. Ach, komm. Jetzt wollte ich mir das einfacher machen. Mist. So, und nochmal von vorne. Halt, wir brauchen in der Richtung. Aber ich muss sagen, das mit dem Dinger. Kreative Idee, muss ich echt sagen. Ja, na so ist es doch besser. Auch wenn ich jetzt leicht verwirrt bin, wie rum ich jetzt hier muss. So, okay. Dann volle Kanne. Dann volle Kanne. Jawohl. Haben wir irgendwas, wo ich ran kann. Ich hasse das immer. Ja. So. Glückwunsch. Diese Bandansage geht davon aus, dass sie das Prinzip der Fortbewegung durch Portale... Ja, das war's. Die Kammer haben wir beendet. Noch eine werden wir nicht schaffen. Von der Bewertung her... Ja. Also mir hat's dir gefallen. Ich geb' ihm auf alle Fälle einen Daumen. Mal wieder Empfindlichkeit runterstellen. Und... Ja, was meint ihr? War das eine gute Kammer? War das eine schlechte? Soll ich noch ein paar mehr machen? Schreib's in den Kommentaren. Also ich find ja Portale, wie gesagt, ein geniales Spiel. Das könnte man echt öfters machen. Und... Ja, das war's. Schaltet auch nächsten Samstag wieder ein. Mit schneller Runde. Eine schnelle Runde. Und zwar wird der Werder-Fender etwas machen. Mal gucken, was er sich einfallen lässt. Und... Reingehauen.